Ein gebrauchter Renault Zwingo ist hier zum Verkauf angeboten. Die weiße Limousine ist dreitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 47.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Traktionskontrolle, Klimaanlage, Weckversperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 75 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt.